Herzlich willkommen bei G.I.Roman News. Unser Ausflug führt uns heute nach Esch, an die Sauer, in den Luxemburger Ademgen. Esch besticht durch seine einzigartige Lage rund um die mehr als tausendjährige Burg. Die S schwindet sich hier in einer wunderbaren Schleife rund um den kleinen Ort und deren Burgruinen. Die gesamte Region gehört zum Naturpark Obersauer und wird uns zu jeder Jahreszeit eingesetzt. Die gesamte Burgruin ist frei zugänglich. Im Ort lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch des Antikmarktes. Für Übernachtungen bietet sich der Campingplatz an der Sauer an. Wir fahren heute allerdings noch weiter. Die meisten Campingplätze haben jetzt im Spätherbst geschlossen. Wir haben allerdings durch eine private Genehmigung einen schönen Platz direkt an der Sauer unterhalb der Burg Burscheid gefunden. Hier können wir wieder tolle Wanderungen machen. Unser Ziel ist die Burg Burscheid. Die Burg Burscheid liegt auf einem Felssporn rund 150 Meter über der Sauer. Die mittelalterliche Burg kann gegen einen moderaten Eintrittspreis besichtigt werden. Und das lohnt sich alleine schon wegen der tollen Aussicht. Und das lohnt sich alleine schon wegen der tollen Aussicht. Wir verabschieden uns mit einem schönen Blick auf die nächtliche Burg Burscheid. Bis zum nächsten Video auf GI Woman News. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017